If they don't dance, then if they don't have friends, I like them, friends of mine, hey! Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Juge, willkommen zurück bei Amnesia. Ich sag jetzt immer Amnesia und Amnesie. Ich weiß es noch nicht genau. Ich muss mich ins Licht stellen, sonst sterbe ich. Weißt du, wie der Raum atmet? Ist das my sanity, die du kaputt geht gerade? Wo ist denn das? Hand is pounding and hands shaking. My hands shaking, my hands shaking, but I'm still shooting. Ja gut, das ist aber jetzt nicht so schlimm eigentlich. Also es fällt sich noch in Gämmten hier. Shakelichkeit. Wir gehen einfach mal raus mit unserem Pflanzenreich. Komm her, da schaut Pflanzenreich. Och, es ist eigentlich zu dunkel. Ähm, wir bleiben doch einfach mal hier drin. Ah, 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 ich weiß, ich weiß. Schon gruselig. Meine Freundin hat sich gestern das Video hier angeschaut und hat gemeint, ja, ist schon nicht schlecht, aber es ist ja gar nichts passiert. Ja, verdammt nochmal, ich bin fröhlich, dass noch nichts passiert ist. Schatzi, Spatzi, ich hoffe, es passiert auch nicht. Da wird nichts passieren. Aber Moment, vielleicht wollten mich diese fliegenden Blätter auch hier hintreiben. Warte mal. Unterhandlungsdruck leide ich jetzt. Oh mein Gott, zweimal ist Pflanzenreich. Nein, oder? Wie das Buch vor mich halt, wie so ein Zeuge Jehova. Wollen Sie vielleicht was lernen? Wenn ich es sehe, bekomme ich voll Bock auf Skyrim, oder? Die Bücher und sowas haben schon eine leichte, eine ganz leichte Ähnlichkeit. Gehen wir weiter? Oh. Ich habe überhaupt... Ah, wie unangenehm. Oh. Oh nein, es ist da offen. Da war vorhin... Warte, kann ich mal auch schon offen? Ah. Ähm, Buch, gucken wir, was da oben ist. Nix. Okay, gut, gut. I have really angst right now, but I have to open this shit. Alter, man muss voll stark sein, was zu öffnen. Gehen wir mal weiter. Ich habe jetzt kein Lust hier auf den ganzen Jumbers. Oh Gott, ich habe gedacht, da wird was laufen. Oh, ich habe direkt so eine eklige Gänsehaut bekommen, aber nicht mit mir. Wie sieht es mit der Sanity aus? The Monohide is pounding. It won't open, it's locked. Oh. Vielleicht, vielleicht hilft das. No. Knabbert er sich irgendwie die Zähne gerade kaputt, oder was? Ich muss mich kurz ins Licht. Ich muss mich kurz entspannen. Ah. Also, Schlüssel. Warst du dich versteckt? Ach. Ah, das... Hier. Oh, ich habe die Tür aufgegangen. Nö. Nö, wisst ihr, manchmal muss man auch einfach Nein sagen können. Aber so ein Kronlechter kann ich nicht aufheben und ihn entzünden. Schon peinlich, dass ihr das nicht gerade eben nicht gesehen habt, diese... Okay. Pflanzenreich. Ich habe eine echte Pflanze dabei. Hahaha. Wuhu. Pflanzenreich, ich habe es nicht so gemeint. Ich habe es nicht so gemeint. halt, komm. Ja, ist schon peinlich. now if no, no. Now if no no. Now all my friends are mine. if they don't dance, then they have no friends alive. Now all my friends are mine. Hey. Okay, wie stark ich bin. Ist da gar nichts drin. Öffne dich! Ich fand mich, wie sie überhaupt irgendwas gegen mich kämpfen, beziehungsweise gegen mich gewinnen soll. Guck mal, wie stark ich bin. I'm the strongest man in mankind. Maybe I shit in my pants. It's just for the sake of the joke. Ich muss Feuer machen. Läuft doch jemand irgendwo. I know, I'm your one-oh. I'm a friend of mine. Ich muss nur putzen, ich räum nur auf. Ihr seid gemein. Hey! Komm mit, Buch. Hier gibt es nichts zu sehen. Also sprich jetzt aber wirklich nicht fürs Spiel, oder? Guck mal, diese Geräusche. Da hat irgendjemand einen starken Durchfall. Gott, kommt da hinter mir was? Bitte nicht. Mach mal eben zu, gell? So. Hier ist es ziemlich heimelig, finde ich. Hier in dieser, in dieser, ähm, hier. Ja, mit dem Feuer und sowas. Es geht nur zu mir hinauf. Scheiß, die Wand dann. Alle mal zur Seite. Oh, Fluchtweg. Ich kann nicht auf die Seite schauen. Ich kann nur... Pflanzenkunde, bleib mal kurz hier liegen. Erst alles abchecken, bevor wir hier weitergehen. Oh Gott, es ist wieder eine Pflanzenkunde! Nein! Okay, was haben wir hier? Gut, 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 gut. 19th August, 1839. Ich wünsche mir, dass ich mich gefragt habe, wie viel du erinnerst. Ich weiß, ob es noch etwas gibt, nachdem ich... Okay, Daniel. Ich habe mir gerade mal die Lantern rausgeholt, weil ich mir gedacht habe, folgendes Problem hat sich doch gerade aufgestellt. Die Problematik, es war nämlich dunkel. Also, Kinder, wisst ihr was? Marcel ist nass. Hier folgende Information für euch. Ich habe gesehen, euch gefällt. Counter-Stricken. Ich... Hoden. Hoden. Saft. So eine hysterische Frau in so einem Teil. Mach bitte, ich bin hier raus, Hilfe! Wow. Insanity ist gerade eben ganz schön gejuckelt. A slight headache. A slight headache. Nur leichte Kopfschmerzen. Alles im grünen Bereich. I know there are some... Galax. Kaka-Kaka-Kaka-Kaka-Lag. But this is not the problem, this, for me. Because it has been this. To run. Hold down, shit. Oh, ich will jetzt aber nicht vor irgendwas davonlaufen. Nein, das mache ich nicht. Ich bin kein Schisshase, ich bin ein... Kein Schiss... Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Ah... I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? Hengenis. Es ist schwer und platziert. Es kann nicht von Händen oder Tülen werden. Du kannst es nur mit deinem Dick machen. Tja, Daniel. Du kannst es nicht mit deinem kleinen Dick machen, aber du kannst es nicht, weil es klein ist, weißt du? Wow, ich bin so f***ing schade. Okay, die nächste Folge mache ich jetzt nur auf Englisch. Bis dann, Kinder.